Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung und möchtest parallel dazu deine Fachhochschulreife erlangen? Wie wäre es mit einer Berufsausbildung zum kaufmännischen Assistenten für Informationsverarbeitung an der Dr. Buhmann Schule? Nach deiner Ausbildung bist du in mittelständischen Betrieben verantwortlich für alle EDV-Belange. Voraussetzung ist ein Realschulabschluss und ein großes Interesse am Programmieren und der Online-Wirtschaft. Nach Abschluss deiner Ausbildung bist du staatlich geprüfter kaufmännischer Assistent für Informationsverarbeitung. Mit einem Zusatzkurs hast du die Möglichkeit parallel dazu deine Fachhochschulreife zu erlangen. Du kannst jährlich im August starten.